Moin Leute, hier ist Alex. Ihr habt letztens mein Wallspot Video gesehen. Daraufhin kam eine Herausforderung und zwar die Wall Pistols. Das heißt also einbeinige Kniebeuge mit dem Fuß an der Wand. Also die Zehnspitzen an der Wand. Und Ziel war es eben nicht umzufallen. Ich nehme die Herausforderung an und zeige euch das jetzt. Und ich hoffe es klappt. Also alles möglich, kein Problem. Super Herausforderung, weiter so. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.